So, tach Leute und herzlich willkommen zurück zu Spooky Live at War mit Fortnite Battle Royale. Heute im Duo Team mit Brandon, Kollegen und ich muss mich eben auch ein bisschen darauf anpassen, was er macht. Das heißt, ich beobachte jetzt, ob er rausspringt und reagiere darauf und muss auch dementsprechend versuchen, irgendwo neben dem zu landen, wenn es möglich ist. Aber noch ist er drin. Sehr schön. Wo willst du raus? Kannst du mal was vorgeben oder so? Jetzt er raus. Okay, ich springe nach und versuche dann auch in einem Gebäude neben ihm oder so zu landen. Mal gucken, ob das möglich ist. So, fliegen wir hier mal synchron. Oh, fliegt ziemlich weit. Oh je. Da hinten, da hinten anscheinend. So, dann können wir jetzt den Schirm ziehen und fliegen nochmal mit dem mit. Das ist natürlich eine neue Herausforderung. Das ist eine ganz andere Sache, weil wir uns ja nicht verständigen können oder so. So, da hinten. Hier in das Haus. Dann gehe ich in das hier. Na, Olli. Alles okay? Was ist denn? Bist du drin? Ja, halt. So, Waffen, Waffen. Waffen, 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 Waffen. Der D-Olli macht nicht schlapp. Bin bei dir. Irgendwann. Elfa ist alles okay. Einfach tolles Life. Hat ein Schild, dankgenommen. Hält sich zunächst aus allem raus, so wie es aussieht. Das ist gut. Fällt mal. Ich probiere mich mal weiter. Ich muss noch was zu holen. Geht mit mir in der Backsternhütte hier. Das ist auf jeden Fall noch eine Kiste drin. Geht mal alles mit. Ich sag mir, dass es niemand anderes mitnehmen kann. Was haben wir denn da? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Okay, Verbände. Oliver, okay, du bist's. Ja, hallo. Jetzt müssen wir weiter erschossen werden. Ja, ein cooler Kerl schon mal. Auf jeden Fall. Sonst sehe ich jetzt gerade niemanden. Komm, wir rücken vor. Genau, wir laufen einfach schon mal vor. Jawohl, wunderbar. Olli, ich bin da. Keine Sorge. Ich hab's drauf. Ich bin Bro. Schön, dass du aber ihn abgelenkt hast. Du hast es super gemacht. Bin stolz auf dich. Komm, der ist tot. Ich hab ihn erschossen. Das ist immer. Du kannst jetzt hier auf einem gebiet stehen bleiben. Ich geh mal ins Haus. Geh mich mal eine Runde aus. Leg mich eine Runde hin. Bist du dran, ist dein Turn. War noch niemand. Also zumindest hat jemand die Kisten noch nicht gefunden. Wenn jemand da war. Holz. Mach die Tür bitte hinter dir zu, wenn du kommst. Obwohl es eigentlich egal ist. Genau. So, okay. Luft ist rein. Wo gehen wir hin? Hast du irgendwie eine Idee? Ich brauch keine. Okay, du bist noch gesund. Okay. Wir haben Spaß, Leute. Wir haben Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Wir werden zwar gnadenlos in den Arsch. Ja, ich sag nichts. Aber egal. Ich hab keine. Kein Schilddrank. Das ist hier los. Ist hier irgendwas. Ich sehe niemanden. Da hinten ist noch was drin. Das sieht aber aus. Das war hier in den Kulissen, oder? Das ist niemand. Also, ich weiß nicht. Das war's. Das war's. Okay. Ich sehe dich. Und wir sind noch ein Eis. Und wir sind noch ein Eisbitant. Was? Und wir sind eine Überflardung. Aber das ist richtig. Das ist mir. Und ich sehe dich. Ich dachte, da oben bewegt sich jemand. Nicht höher, nee, glaubt nicht, komm, ziehen wir weiter, gehen wir nach Richtung Depot. Mach nicht so laut bitte. Hey, komm, komm, voran. Ich bin dann nur noch 45. Scheiße, scheiße. Ohne Schildbank fühle ich mich nackig. Aber er läuft gut mit, das muss man schon mal sagen. Ja, das ist zwar nicht so richtig entscheidend, was wir machen, aber das ist auch ein bisschen schwer, das ist ja das gleiche Problem wie ich. Und deswegen, ähm, ja, ganz normale Sachen, ne. Macht er das aber gut. Es gibt auch ein bisschen die Richtung Tor ist auch schön. Aber der folgt einfach an der Zone. Nicht so, ähm, vorbrechen. Junge, wir haben zwei Minuten Zeit, es ist nicht ganz so weit. Sonst fallen wir uns alle in den Rücken. Aber schon gut, wenn wir ein bisschen vorankommen, das stimmt. Ah, hat er recht. Sonst müssen wir nämlich laufen und wir warten uns. Was ist denn, hast du erst gesehen? Hm, okay. Okay, die Leute werden schon dezimiert ohne Ende. Wir sind gleich im neuen Bereich. Oh, ich meine, ich hätte gerade noch andere Schritte gehört, aber... Es ist immer so schwer zu separieren, wenn man zusammen spielt und beide rennen. Dann hält sich das an, als wäre eine Tyrannosaurus-Hex-Herde hier unterwegs. Ohne Scheiß. Dann könnte ja mitten... Könnte mal einen Turm bauen und dann drauf tanzen. Alle. Alle 100 Leute. Warum erschießen die sich immer so... Oh, da oben. Nichts mehr. Oh! Oh, 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 oh! Komm! Theo! Theo! Olli! Nein! Ah, verdammt! Da kamen sie. Das meinte ich... Ah, schade, schade. Ah, schade. 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 Das meinte ich, wenn man da ein bisschen zu weit vorläuft, dann kommen sie in den Rücken. Wir hätten noch zu viel Zeit gehabt. Wir hätten müssen irgendwo warten. Das wäre okay gewesen. Da wäre das okay gewesen. Aber, naja... Ein bisschen schade. Schönen kill mir das Snap gehabt, aber ja. Okay. Wir hatten aber wirklich einen scheiß Spot. Also ich hatte keinen Schild dran, nix. Das ist scheiße im Moment. Das ist scheiße. und die haben, ich hab ich war der Meinung, ich hätte die noch gehört naja, egal haben uns ganz gut angeschlagen dafür, dass wir nicht wirklich zusammengespielt haben also nicht miteinander kommunizieren konnten naja, machen wir noch eine Runde ist ja egal kann ja nur besser werden zumindest mal vom Loot her ja, die coole Snipe hatte ich das war schon geil vor allem, dass ich direkt gewusst habe, wo der war das war halt irgendwie nice das hat mich selber ein bisschen überrascht, dass ich den direkt gesehen habe gewusst habe, wo die Schüssel normal hab ich da ein bisschen Orientierungsschwäche, wenn mich wenn jemand auf mich schießt und ich mich dann umdrehe oder so, dann weiß ich oft nicht, woher das kam weil das wusste ich diesmal an, obwohl der oben im Haus drin gesetzt hat das war nicht schlecht netter Kiri naja, egal, jetzt weiter geht's jetzt gucken wir nochmal, was der Junge macht und reagieren drauf er ist raus ja meistens so meistens so, wenn man äh, Duel mit Randoms spielt oh, wann, warum warum legt der sich jetzt nicht Controller spinnt gerade wieder ah, war bestimmt so ein Mini-Lag oder so also nicht der Controller spinnt, sondern alle spinnt scheiße jetzt hängen wir natürlich übelst hinterher schnell runterkommen oh, hier ist natürlich Top-Action alles klar der Tommy weiß nicht, warum ihr immer direkt raus springen müsst der Tommy ist auf dem Ding da oben drauf gelandet oder was woah wohaah ich bin nicht mein Freund Pass auf dich auf, Krummi. Kann da keine Rückendeckung geben. Sehr geil. Geiler Start, Leute. Noch besser. Wunderbar. Krummi, super. Ich bin begeistert. Ich lauf hier mit dem Verbandskasten rum. Da bin ich der Sanitäter oder ist der Hobby Sanitäter. Besser als der Hobby Homo. Jetzt hab ich auch noch Planaten. Juhu. Planaten. Ich brauch ne Waffe. Ja, noch mehr Sanitäterpack. Noch ne Falle. Aha, Kiste, komm. Gib mir was. Runten. Okay. Tony hat, glaube ich, zwei Kills. Irgendwo muss also einer noch, Brandon, alleine rumlaufen oder jemand anders hat ihn getötet. Oder rentt einer. Höhen. Tommi, was geht denn ab mit dem, Alter? Der rastet hier ja vollkommen aus. Guck mal da. Killer. Killer, mein Freund. Sehr gut gemacht. Oh, du bist ja abartig. Bestie. Hab ich hier gezogen. Gut, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum du mit rausgesprungen bist. Da ist noch irgendjemand, Tommi. Pass auf. Jawohl, sehr schön. Nice. Boah. Was für ne Action hier. Ah, geile Runde, Alter. Ist irgendwas zum Hallen? Eigentlich haben wir die Stadt müsste man jetzt unter Kontrolle haben. Wenn ich hab drei Kills, ist er bestimmt vier oder fünf. Oh, Schilddrank. Oh, Schilddrank. Was ist jetzt? Hinten drin ist noch ne Schatztruhe. Ich geb da Deckung. Ah, hat auch ein Schilddrank. Sehr schön, Alter. Okay. Okay. Die kommt dann, mach ich mal hier hin. Ein bisschen hier hin. Okay. Was? Ich brauch Muni, ey. Ja. Sehr schön. Na ja. Na ja. Da hat der Stimme abgewesen. Was willst du jetzt machen? Ich komm. Na, da war da jemand. Also den von hinten zu flankieren. Jawohl, Tommi. Schön. Das ist der andere. Ja, jetzt kommen die auch irgendwo direkt angeschissen irgendwo. Das ist schwer zu separieren, mehr hier ran. Oh, schön, da ist noch ein Schilddrinkz. Ich bin mal weiter hoch. Brauch mir auch mal noch Zeug. Ah, toll, runtergefallen. Leck mich da. Da unten ist auch noch. Okay. Ist da was drin für mich? Ne. Da hat er ja alle Muni. Ist das auch? Oh. Und das gerade. Jawohl, sehr schön. Boah, war das knapp. Ich hab gar nicht gerafft, dass das ein Gegner war zunächst. Alter. Was? Ich hab da noch Schuss drin. Ja, genau. Die hat noch Schüsste. Oh, cool. Okay. Okay. All right, I'll see if we lose this. Nice. Nice. Also wir hatten auf jeden Fall schon jetzt einen enormen Spielanteil. Jetzt müssen wir weiter gucken. Ja, gut, wir sind nicht weit weg. Die Augen offen halten, dass nicht wir hier eben in der Runde mit Oli uns was in den Rücken fällt. Oh. Wir sind ein Zweier-Team. Äh, ja, das ist ein Zweier-Team. Wir sind im Zweier-Team, aber da hinten, das waren ja irgendwo Gegners. Da oben. Ich hab noch dreimal getroffen. Und da hinten war der andere. Na, oben. Komm, da. Den haben wir auf jeden Fall ganz schön hart zugesetzt. Jemand anders hat sie getötet, glaub ich. Komm, komm, komm. Schneller. All in. Wir sind ein Team, Junge. Ich lass dich nicht hängen. Komm, schau, schau, schau. Mach. Ach. Mach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Wo ist er? Ich sehe ihn nicht Die hängen immer noch da hinten rum irgendwo Okay, wir ziehen weiter Gute Idee Bin ich auch nicht mit den rumplagen jetzt hier Nicht viel Schuss mit dem Sturmgewehr Auch noch Muni, eh man Ah, da drin sind auch welche Da waren welche Darauf an Aber das sieht ja aus, als müsste man dorthin also werden Die jetzt wahrscheinlich erst dort hingegangen sein Na genau, wir umwandern das Ganze mal ein bisschen Ist auch gut, dass wir nicht immer so press aufeinandersitzen Damit wir wirklich uns helfen können Oder hinten kommt Loot drunter Und da ist, ist da Muni Ich brauche Muni, ne? Na gut, für das MP habe ich Muni Da ist doch mal ausgerustet Oben läuft einer Warten auch auf die Lootbox Tommi hat einen Snap Das war jetzt nicht so gut, dass er jetzt schießt Und die Gegner auf mich auchmerksam macht Während ich hier draußen bin Aber egal Ist eben so Äh, ja Ja Oh Mann Hier wirklich der Sanitäter Also wirklich das Feld Sanitätskit hier am Start, Alter Also wirklich das Feld Sanitätskit hier am Anfang was machst du was willst du denn ach so du brauchst medik warte mal ach sorry zu spät gerafft was er wollte ja verdammt spannende runde richtig gut abgegangen aber leider nur fünf da jetzt kamen wir ins kreuzfeuer na ja schade 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 aber was willst du machen also war es auch für diese runde würde ich sagen ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen hoffe ihr hattet spaß ich fand das waren tolle runden für random leute muss ich sagen ganz dickes lob war ich gut haben gut gespielt und hat sogar spaß gemacht hätte ich nicht erwartet euer spooki vf live at war mit fortnight battle royale bis dahin macht euch einen schönen tag bye bye